hey mein garmin pulsgurt hat sich heute bei mir gemeldet beim laufen und mir gesagt dass die batterie schwach ist und langsam ausgewechselt werden muss ich würde euch gern heute mal zeigen wie man das macht was ihr braucht seht ihr hier ja also einmal den garmin pulsgurt ihr braucht einmal eine knopfzelle das ist eine cr2032 eine sollte ausreichen und entsprechenden kleinen kreuzschlitz schraubenzieher im grunde nicht wirklich kompliziert nur ihr macht hier einmal dieses blaue ding ab das geht relativ einfach so ein gummiband und dann habt ihr hier die vier schrauben die müsst ihr einmal lösen so ist relativ klein also recht ein sehr kleiner schrauben ziehe ich hier auf so ich sehe es auch zum ersten mal jetzt wie es hier aussieht das müssten wir das hier abkriegen hoffe ich es noch einmal lose so und schon haben wir es auch so hier seht ihr einmal ein dichtring und die entsprechende batterie neue knopfzelle ein möglichst auf wo er da anfasst so und dann das ganze wieder rückwärts so vielleicht ganz interessant ich habe mal geschaut also wie gesagt in den code selber habe ich seit einem guten jahr im betrieb august 2017 zum ersten mal und jetzt sind wir fast november 2018 also ein gutes jahr mitgelaufen und rad gefahren ich habe mal geschaut das sind ungefähr 67 betriebsstunden die ist dann insgesamt waren ich habe einfach mal alle meine aktivitäten auf die zeitlich da so eine vorstellung habe wie gesagt bei mir reicht das ungefähr für ein jahr so viel bin ich dann doch nicht unterwegs so und jetzt sollte das hoffentlich schon wieder alles funktionieren so